Okay, ich rank jetzt nochmal Schweizerstädte, aber diesmal muss ich bei jeder Stadt eine prominente Persönlichkeit von dieser Stadt sagen, Schaffhausen. Fuck. Ich sage, ich bin bekannt aus Schaffhausen. Scheisse, ich sage, ich kenne niemals, aber ich sage mal Philipp Fankhauser oder wie der heisst, aber ich glaube, der kommt nicht aus Schaffhausen. Hm, Zürich. Xen. Kommt Xen aus Zürich? Jetzt bin ich Foto von drei. Xen aus Zürich? Ist eigentlich noch schwer. Basel. Roger Federer kommt rein theoretisch aus Basel-Land, darum würde ich das jetzt nicht zählen, darum sage ich aus Basel. Der Granit Xhaka, aber der kommt auch, der kommt, äh, gut, ich sage jetzt Granit Xhaka, Roger Federer. Biel, oh, okay, Biel ist easy, weil es viele Musik gibt. Lohnd Leduc, Native. Zählt. Lohnd Leduc, 079. Lugano, boah, kein Plan. Mann, ich sage jetzt einfach Christa Rigozzi, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die von Lugano kommt. St. Gallen, Monet 192 und Enzone, der Produzent, der kommt auch, glaube ich, aus St. Gallen. Chur. Wer, welcher Prominente kommt aus Chur? Wer redet St. Gallen, äh, Bündner Deutsch? Das ist voll schwer. Breitbild, die Band, Breitbild. Zählt das? Oder andere Rackettchen, wenn man Lags nimmt. Ich weiß nicht, ich bin die Städte nicht am Ranken. Äh, Luzern. Welcher Prominente kommt aus Luzern? Loredana, DGAE oder LC1 und Mimix? Genf. Äh, ich habe keinen Plan. Etwas französisches Prominent aus Genf. Aller Berser kommt nicht aus Genf. Boah. Ich kenne, glaube ich, tatsächlich niemals bekannt aus Genf. Irgendein YouTube, irgendein Schweizer YouTuber, aber ich weiss den Namen nicht. Und Bern. Aus Bern kommt... Der Göhle. Der Göhle. Oder Göhle, oder... Irgendein Skifall. Ja, weiss. Wer redet Berndeutsch und ist bekannt? Göhle ist, glaube ich, mehr so Thun. Stadt Bern. Manimato? Kommt Manimato aus Stadt Bern? Ich weiss nicht. Kommt Manimato aus JUSTIN' Untertitelung des ZDF, 2020